Dort können wir uns treffen, Medazelt wird gemacht von Raveline, Sancho Live und so weiter und so fort. Ja, und dort können wir boxen, auf der Wii. Habe ich noch nie gemacht, bisher habe ich immer nur Golf gespielt oder Bowling, weil man da geil bescheiden kann. Aber boxen bin ich mal gespannt. Das geht um 23 Uhr los.